ich werde haben wir denn jetzt ins deck gut ist der creeper jetzt nicht aufgelöst jetzt echt aufgelöst ist weg und das machen wir auch noch mit die schaufel ist beinahe kaputt oder uns das ist ein anderer deswegen werde ich jetzt töten komm herr du creeper ich töte dich kommen 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 ich bin hier unten die fischer kampf nein nein glück gehabt danke für die erde aber halt die explosion ist aber auch größer von den dingern geworden von dem creeper das sieht jetzt so kacke aus egal was soll ich sollte mir jetzt mal einmal machen da habe ich oben vielleicht noch einmal ich gucke einfach wo ich einmal habe ach genau das fleisch könnte ich mir einmal beraten einmal und fleisch einmal und fleisch einmal und fleisch so sieht der aus wie leder aber egal da oben habe ich vielleicht einmal drin habe ich einmal drin habe ich einmal drin nein nein auch nicht hier irgendwo einmal drin das landiere ich jetzt einfach mal hier rein das landiere ich jetzt einfach mal hier rein ja was will ich denn da ansandieren einmal einmal muss ich mir wohl einmal machen zwei müssen reichen cool ich habe zwei eimer ja geil die haben noch nicht mal was gekostet das ist voller schnäppchen und ich mag das texture pack irgendwie ich finde das total cool man muss sich irgendwie anfangs erst daran gewöhnen aber jetzt ist das so geil ich nehme mal mit das klaue ich mir mal eben hier und jetzt wollte ich das noch erweitern ein erweitern da kam jetzt ein lag dazwischen gut jo hab ich eigentlich noch sieht's nicht ne doch acht ach das ist so richtig das ist ne große zahl das sind aber schön alles schon am wachsen hier etwas muss ich jetzt mal reinfüllen aber erst muss ich das mit erde weg machen hier so 1 2 3 jetzt kann ich immer wieder was wegnehmen voller trick okay das hätte ich vielleicht nicht wegnehmen sollen so hier nochmal 1 fertig da kann das aber auch runterfallen oh ich bin doch dumm jetzt darf ich nochmal erweitern warum darf ich immer erweitern die strömung will ich ja auch nicht haben geht weg wenn man das war doch gut was mache ich denn da was mache ich hier das war doch völlig okay ja jetzt sind hier strömungen genau das sieht jetzt total kacke aus ach komm noch mehr strömungen noch mehr strömungen nein hört doch auf zu strömen so ein dreck hört doch auf ach das sieht jetzt total kacke aus toll geil hast du wieder super hinkriegt simon wie habe ich denn das gemacht äh doch doch warte mal was mache ich denn ey was mache ich denn da das war doch doch richtig darf ich das nochmal ändern ach komm die kann mich auch nicht entscheiden ne das ist schlimm typisch rotschöpfe ja doch genau genau und dann tue ich hier Fältchen machen und dann kriegt sie auch dadurch Wasser jo passt so perfekt wenn du sagst jetzt könnte ich das auch noch umzäunen das wäre auch mal ne idee ah dafür brauche ich zu ne Zäune ich komme mh 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 So. Okay, ich hätte vielleicht nicht übertreiben müssen. 64. Reichen die? Ich glaube nicht. Egal, ich gehe trotzdem. Passt schon. Dann, 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 dann. Dann noch Setzlinge. Zwei Stück. Also wenn ich Holz brauche, hier ist genug. Auch wenn ich große Bäume nicht mag. Egal. Ah, ich muss irgendwie hier rumkommen. Ich muss nur irgendwie hier rumkommen. Wenn das hier im Weg ist, da komme ich doch nicht mehr hier rum. Dann darf ich im Ausrum gehen. Oder ich mache das mit noch einem weiter. Genau, ich erweitere das einfach mit noch einem. So. Und ich komme dann die Zäune drauf. Also so habe ich mir das gedacht. Dann gehen vielleicht die Kack-Strömungen weg. Duck dich. So. Schön. Das sieht doch mal schön aus. Da kommt jetzt noch Erde hin. Brauche ich noch nicht mehr eine Pforte für. Voll praktisch. So. Da noch eine, da noch eine, da noch eine. Ach, wie ich Klötze in Minecraft liebe. Wobei die Werkzeuge sind ja eigentlich gar keine Blöcke. Besteht ja nicht alles aus Blöcken. Also. Ne? So. Und dann mache ich hier noch Erde hin. Ich hoffe mal, die 18 reichen noch. Die größten eigentlich. Und jetzt sind doch die Kack-Strömungen weg. Yay. Sieht doch mal schön aus. Ich hole mir jetzt einfach nochmal eben schnell Holz. Wo ist denn meine Axt? Da ist meine Axt. Ich stelle mal die Helligkeit hoch. Jetzt kann man noch wieder mehr sehen. Na komm, fällt runter, meine Setzlinge. Ich habe schon den ersten. Und den zweiten. Und den will ich jetzt auf jeden Fall hier irgendwo reinpflanzen. So, da. Geil. Ich glaube, der wächst nicht mehr. Gut. Das wäre fertig. Das hätten wir. Ähm. Habe ich eigentlich noch Steine, die ich verbrennen kann. Da habe ich sogar noch zwei Stacks. Fleisch ist fertig. Verbrenne ich. Und das auch. So. Holz verarbeite ich mal. Und die Musik ist schön. Haha. So, äh. Genau. Schlafen gehen. Schlafi-Schlafi machen. Mal kurz Cola trinken. Ne, man muss ja auch was für die Gesundheit tun. Oah. Müssen strecken. Mh. Yay. Animal Crossing Musik. FTW. Macht gleich doppelt so viel Spaß zu zocken. Ich wollte heute eigentlich noch für Bio lernen. Oh, egal. Jetzt habe ich wieder im Blackout. Was machen wir denn jetzt? Ach genau. Ich könnte erstmal die nach unten bringen. Dann könnte ich eigentlich mal wieder ein bisschen Steinefarm gehen. Was wollte ich jetzt eigentlich hier reinlagern? Ey, ich habe ein Gedächtnis wie so ein, äh, Rotarsch-Pavion. Das gibt es gar nicht. Nö, ich habe es. Ach genau, die Pumpkins wollte ich da rein tun. Reicht meine Spitzhacke noch? Ja, ich habe sogar noch eine. Cool. Machen wir mal zu. Und jetzt gehen wir mal so ein bisschen, so wie das hier noch brennt, oder, ne? Gehen wir mal ein bisschen Steinefarm. Das könnte nämlich auch wieder ein bisschen dauern. Wird wieder schön interessant. Die Musik passt hier so gut rein, das gibt es gar nicht. Aua. Ab nach unten. Mit dem Texture-Packle sieht Minecraft auch gleich viel realistischer aus. Ich bin ein Zombie. Wo bist du? Ich habe eine Spitzhacke. Ich kann die Daumen ausstechen. Das ist mein Schwert, das brauche ich. Nach unten will ich jetzt hier nicht. Ich gehe einfach mal hier weiter, da habe ich mir ja letztes Mal irgendwo unten hingegraben, so. Mh, 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 mh. Und hier buddle ich mich dann einfach weiter. Ich brauche Fackel zur Hand. Wo sind meine Fackeln? Ja, geil, ich habe nur fünf Fackeln. Cool. Ich habe eigentlich Kohle dabei. Ja, cool, ich kann mal neu machen. Ja. Gucken, wie lange ich noch aufnehme. Oh, da ist sogar Kohle. Oh, da ist nochmal Kohle. Und da ist die Spitzhacke kaputt gegangen. Eigentlich könnte ich mir die Kohle einfach mal mitnehmen, weil ich habe nicht mehr so viel. Wenn wir schon mal nicht dabei sind und die Kohle gefunden haben, dann nehmen wir gleich mal mit. Füllen wir das einfach mit Erde aus. Oh, eh kein Schwein. Gut, so. Muss ich ja nicht alles ausfüllen, weil da gehe ich eh nicht mit. Na, der Rückweg, der wird Spaß machen. Dafür die ganze Zeit laufen, das wird zu interessant. Hier wird es wieder dunkel. Nein, die Mucke ist vorbei. Jetzt kommt wieder Banjo-Kazooie. Natürlich gleich an der Musik. Gleich an den Glocken. Glock, 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 Glock. Bock, Bock. Äh, genau, ich wollte mir das mal, ja. Machen wir uns mal ein paar Fackeln. Reicht erst mal. Danke. Okay. Dann haben wir noch mehr Kohle. Kohle. Notch hat doch gar nicht übertrieben mit den Kohle-Vorräten hier, wie viel man immer aus einem bekommt. Gar nicht. Nein. Das sind so viele Diamanten. Geben das wäre geil. Ah, Notch, ey. Nein, ich kann jetzt nicht mehr zumachen. Nein. Oh, oh, oh. Mach ich jetzt auch nochmal. Mach ich jetzt auch nochmal Fackeln, damit wir mehr Licht haben. Hm, 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 hm. Von interessant, ne? Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. wenn ich so Holz in die Steine hacke. Man sieht zwar nichts, aber egal. Vielleicht so. Da nochmal ein. Irgendwas hier noch gesehen. Ups, was hab ich denn da jetzt gemacht? Fail! Von dem Boden. Ich will mal was finden hier. Ich glaube, ich drehe jetzt um. Dun-dun-dun-dun-dun-dun. Einfach mal hier zwischenquetschen und wieder zurück. Ja! Mir war auch ganz schön weit gelatscht, ey. Und die Spitzacke ist gleich kaputt. Ja! Ich würde sagen, wenn die Spitzacke kaputt ist, beende ich auch erstmal wieder. Na, 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 na. Ey, ist sie kaputt. Okay, ist sie kaputt. Gut, das war's mal wieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.